Wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu den Bergbau-Nachrichten auf Rohstoff-TV. Heute mit Victoria Gold, Denarius Metals, Condor Gold, Wissler Silver und Osisko Metals. Victoria Gold produzierte in 2021 164.222 Unzen Gold und erzielte über 284 Millionen Dollar Umsatz, ein Reingewinn von 88 Millionen Dollar sowie ein Gewinn pro Aktie von 1,41 Dollar. Für uns sind die Zahlen sehr gut, da man ja erst am 1. Juli letzten Jahres die kommerzielle Produktion bekannt gab und es immer Anlaufschwierigkeiten gibt im Wienbetrieb. Researchhäuser wie Cormark, BMO und CIBC haben deshalb weiter Kaufempfehlungen ausgesprochen mit Kurszielen von bis zu 23 kanadischen Dollar. Die Goldproduktion stieg um 40% gegenüber 2020 und die Investitionsausgaben und Gesamtkosten lagen höher, da man die Inflation und die Auswirkungen von Corona deutlich spürte. Jedoch trieb man auch die Geschäftswachstumsinitiativen weiter voran für das Projekt 250 und mit den Explorationsaktivitäten auf Eagle und Raven. Diese werden in 2022 fortgesetzt und die Produktion soll ab 2023 deutlich ansteigen, bei vorallenen Stückkosten. Im vierten Quartal 2021 produzierte man bereits fast 50.000 Unzen Gold, was ein guter Indikator für 2022 sein dürfte. Die AIC im Q4 beliefen sich auf 1.052 US-Dollar pro Unze Gold und für das Gesamtjahr wies man AIC von 1.193 US-Dollar pro Unze aus. Wir gehen von tieferen Werten für 2022 aus. Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich bei 31. Dezember 2021 auf 31,3 Millionen kanadische Dollar, nach der Nettotilgung von 63,5 Millionen kanadische Dollar für die Kreditfazilität des Unternehmens im Laufe des Jahres. Betoia Gold ist toll aufgestellt und wir sehen die Aktie massiv höher laufen. Den Arias Metals gab weitere sehr gute Bohrergebnisse auf ihrem polymetallischen Lomerus Poillatus Projekt bekannt. Auch bestätigte man die Mächtigkeiten und Gehalte der Mineralisierung früherer Bohrungen. Ein Höhepunkt zeigte ein Bohrloch mit 0,5% Kupfer, 0,48% Blei, 2,43% Zink, 45,5 Gramm Silber und fast 4 Gramm Gold pro Tonne über 9 Meter. Auch meldete man Ergebnisse aus neun weiteren Infill-Bohrlöchern mit insgesamt knapp 2.800 Metern. Bis dato hat Denario sind 42 Bohrlöchern über 12.500 Meter gebohrt, was 53% des ursprünglichen Programms entspricht und drei weitere Bohrlöcher sind in Arbeit. Ein drittes Bohrgerät hat am 2. März den Betrieb aufgenommen. Die neuen Infill-Bohrlöcher bestätigen, dass die massiven und halbmassiven Sulfids und Bellomero Poillatus reich an Kupfer und in erheblichem Maße an Zink und Gold sind und bestätigen weitgehend die Mächtigkeit und die Gehalte ausgewählter Bohrlöcher aus früheren Kampagnen. Die aktuellen Infill-Bohrungen haben mehrere hochgradige, mächtige Abschnitte auf einer Streichlänge von 200 Metern in der Nähe der Sohle der historischen Mine im östlichen Teil der Lagerstätte durchtäuft, was zeigt, dass die Mineralisierung kontinuierlich und in der Tiefe offen ist. Die Infill-Bohrungen haben auch gezeigt, dass die bekannte Lagerstätte am westlichen Ende der Konzession noch offen ist, wo sich steigende Zink- und Goldgehalte in zunehmend schmaleren, massiven bis halbmassiven Abschnitten aufweisen. Den Arios Metals sehen wir als sehr aussichtsreich an, mit viel Kurspotenzial. Kondorgold legte ein sehr gutes Jahr 2021 hin und steht kurz vor dem Abschluss der Machbarkeitsstudie für das La India-Projekt. Die PEA zeigte bereits im Szenario mit Tagebau und Untertagebau ein netter Gegenwartswert, also NPV, von 418 Millionen Dollar nach Steuern und einen IRR, interner Zinsfuß, von 54 Prozent bei einer durchschiedenden Jahresproduktion von 150.000 Unzen Gold über einen Zeitraum von neun Jahren und einer Amortisationszeit von zwölf Monaten auf. Auch erwart man eine neue semi-autogene Mühle, eine Säckmühle, für einen Gesamtbetrag von 6,5 Millionen US-Dollar, wovon 3 Millionen US-Dollar in Aktien des Unternehmens zu zahlen waren. Das Säckmühlen-Paket ist ein Schlüsselelement der Anlage, die erforderlich ist, um das unternehmenseigene Projekt La India in Produktion zu bringen. Mehrere Bohrprogramme zeigten sehr gute hochgradige Ergebnisse und zum Beispiel wurde auf dem Grundstück Kakao mittels eines Ressourcen-Erweiterungsprogramms dieses als vollständig erhaltenes epithermales Goldsystem interpretiert. Eine mineralisierte Zone mit einer Warenmächtigkeit von mehr als 10 Metern wurde auf einer Streichlänge von etwa 1.000 Metern unterhalb und entlang des Streichs der Mineralressource Kakao bestätigt. Die Ergebnisse beinhalten 14,9 Meter wahre Mächtigkeit mit fast 4 Gramm Gold pro Tonne. Auch konnte der Abschluss der Bodenuntersuchung von 23 geotechnischen Bohrlöchern und 58 Testgruben als Vorbereitung für den Mienenbau auf La India gemeldet werden. Am 10. März 2022 gab das Unternehmen bekannt, dass alle Untersuchungsergebnisse für die 8.004 Meter langen Innenfüllbohrungen im Tagebau La Vestisa beim Projekt La India eingegangen sind. Die Ergebnisse des Infobohrprogramms stimmten mit den Gehaltenen und Mächtigkeiten früherer Bohrungen überein und belegen eine gute Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen benachbarten Bohrlöchern in den hochgradigen Zonen, wodurch das geologische Modell an Glaubwürdigkeit gewinnt. Die Bohrungen dienten dazu, die bestehende Goldmineralressource im Tagebau in die angezeigte Kategorie aufzuwerten, um sie möglicherweise in eine zukünftige Machbarkeitsstudie des vollständig genehmigten Projekts La India aufzunehmen. Kontergold ist voll auf kurz für den Bau der Mine und wir sehen die Aktie als zu günstig an. Wissler-Silber erweitert die Napoleon-Ader auf 2500 Meter Streichlänge und 500 Meter Tiefe. Wow, der nächste Knaller von Wissler-Silber, aber so sind wir es ja gewohnt. Nachdem man bereits 106 Millionen Unzen Silberequivalent als erste Ressource melden konnte, bohrt man massiv weiter. Soeben wurden die Ergebnisse von 53 Bohrlöchern bekannt gegeben, die den Aderkorrigor, Napoleon mit den Adern, Napoleon, Napoleon Hanging Wall und Josephine anpeilen. Die Ergebnisse sind Teil von Wisslers laufendem vollständig finanzierten 120.000 Meter Ressourcen Entdeckungsprogramm. Ein Highlight war die Ader Napoleon mit einem Bohrloch, das 1803 Gramm Silberequivalent pro Tonne zeigte, über 4 Meter Warebreite, mit Werten von 55 Gramm Silber, 20,38 Gramm Gold pro Tonne, 0,21 Prozent Blei und fast 3 Prozent Zink pro Tonne. In der Ader Napoleon Hanging Wall fand man 1.379 Gramm pro Tonne Silberequivalent über 2,7 Meter echte Weide, mit 746 Gramm Silber, 6,27 Gramm Gold, 0,75 Prozent Blei und wiederum fast 3 Prozent Zink pro Tonne. In der Ader Josephine fand man 4.917 Gramm Silberequivalent pro Tonne über 0,47 Meter echte Weide. 22 Löcher sind dabei noch nicht mal in der Ressourcenkalkulation enthalten und wir denken, das nächste Ressourcenupdate dürfte deutlich höher ausfallen. Wissler sieht spitzenmäßig aus. Osisco Metals unterzeichnet eine vermiedliche Vereinbarung mit Glencore Canada, die Osisco Metals eine Option auf den Erwerb einer 100-Prozent-Beteiligung einer früher produzierenden Gas-P-Kupfermine in der Nähe von Murderquill in Quebec einräumt. Osisco Metals muss eine Vorauszahlung von 25 Millionen US-Dollar in Form einer an Glencore auszugebenen Wandelanleihe bei erfolgreichem Abschluss der Transaktion leisten und eine Barzahlung von 20 Millionen US-Dollar, die bei Aufnahme der kommerziellen Produktion zu leisten ist. Das Unternehmen muss außerdem vor dem 30. Juni diesen Jahres Bohrkosten in Höhe von 5 Millionen kanadische Dollar aufwenden, um den Oxidationsgrad innerhalb der Mineralisierung zu testen, die die historische Tagebaulagerstätte Mount Copper umgibt. Damit würde Glencore ein Ankeraktionär von Osisco Metals werden und man hätte gleich zwei Top-Projekte im Basismetallbereich. Auch Osisco Metals sieht wirklich vom Feinsten aus. Das Bauprogramm soll im April 2022 beginnen, um ein internes Ressourcenmodell und die Oxidationsstufen der Mineralisierung der Lagerstätte Mount Copper zu validieren, was eine kritische Phase der Due Diligence Prüfung des Projekts darstellt, die zu einer Entscheidung darüber führen wird, ob die Option vor dem 30. Juni 2022 ausgeübt werden soll. Wichtig zu wissen ist, dass die für die Erschließung der Miene erforderliche Infrastruktur bereits vorhanden ist, einschließlich grüner Wasserkraft mit einem Umspannwerk auf dem ehemaligen Minengelände. Alles in allem super Nachrichten für Osisco Metals. Bitte beachten Sie den eingeblendeten Disclaimer. Alle Aktien sind Teil des SRC Mining Special Situations Zertifikats und ich bin Aktionär von jedem Unternehmen. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.